Auf der Seite ist die Welt noch in Ordnung und hier hinten, da wurde die letzten zwei Tage leider ganz gehörig gefällt. Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Film der Woche. Heute ein Dokumentarfilm, vergiss mein nicht, der auf der Merlinade seine viel beachtete Premiere erlebte. Es geht um Steffen Main, Filmstudent. Er stürzte während der Proteste 2018 gegen die Rodungen der Wälder im Hambacher Forst von einer Hängebrücke und starb. Er hatte mit einer 360-Grad-Kamera, die er oben auf einem Helm befestigt hatte, Aufnahmen der Proteste gemacht, aber auch die heftigen Polizeieinsätze gezeigt. Und diese Aufnahmen haben einen ganz eigenwilligen, faszinierenden, ästhetischen Reiz, denn wir schweben ja förmlich mit ihm über den Gipfeln der Bäume. Wir sehen das Leben in diesen Baumhäusern, wir erfahren auch, wie die Bedingungen dort waren. Drei Kommilitonen von ihm haben dieses Material genommen, haben daraus einen eindrucksvollen Film gemacht über ihn, aber eben auch über die Protestbewegung. Sie haben mit seinen Freundinnen und Freunden gesprochen und dabei entstehen hochinteressante Einsichten. Innerhalb dieser Gruppe gibt es natürlich auch Widersprüche, gibt es unterschiedliche Ansichten, die dieser Film verhandelt. Ein sehr kluges, geradezu essayistisches Werk, das über diese Proteste hinaus wichtige große Fragen aufwirft, nämlich die Frage, wie weit darf Widerstand gehen? Darf man den eigenen Körper, die eigene Gesundheit einsetzen als Kampfmittel für die eigenen Ziele? All das wird in dem Film verhandelt, ohne dass es Antworten gibt. Die muss jeder Zuschauer und jede Zuschauerin für sich selbst finden in diesem beeindruckenden Film. Unser Film der Woche. Vergiss mal nicht.